Musik Freitag, 13.03. Ein bisschen Neugierde würde in vielen Bereichen was bringen. Freude und Entfaltung ist möglich, Kraft für erfolgreiche Umsetzung Ihrer Ideen ebenfalls. Warten Sie aber mit der Konkretisierung besser bis nächste Woche. Es sind jetzt einige Schwindtage, an denen alles Begonnene leicht wieder verschwinden wird. Halten Sie sich mit Kritik eher zurück und bewerten Sie nicht. Sie könnten einen lieben Menschen sehr leicht damit verletzen. Wundervolle Gefühle können erlebt werden. Am liebsten würden Sie diese Stimmung konservieren und oft gelingt es auch. Genießen Sie die mögliche innere Ruhe und Gelassenheit. Schaffen Sie sich eine neue Basis. Heute funktioniert einfach vieles. Die Bauernregel sagt, so viel Nebel im März, so viel Gewitter im Sommer. Musik 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 Musik